100 Years of Engineering. Happy Birthday an Drittsmerz. Der Hersteller von Industrieöfen feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag und ist immer noch ein echter Dauerbrenner. Friedrich Gerwin, Leiter der Verfahrenstechnik, was umfasst Ihr Angebot? Unser Angebot umfasst den Neubau und die Modernisierung von Industrieöfen im Stahlbereich und auch in der Kupferindustrie. Sie sehen da hinten ein Rad stehen. Das steht da nicht, weil es so schön aussieht, sondern das hat auch eine ganz besondere Bedeutung für Ihr Unternehmen. Ja, dieses Rad symbolisiert eine Anlage, die wir gebaut haben zur Rädervergütung. Das heißt, dort werden Eisenbahnräder eingesetzt bzw. für den Einsatz vorbereitet, sodass sie dann nachher in Hochgeschwindigkeitszügen sehr gut arbeiten können. Von diesen Anlagen haben wir bereits zwei Stück gebaut, eine in Deutschland und eine sehr erfolgreich in Russland. Und worauf gucken Sie bei dieser Messe ganz besonders? Bei dieser Messe gucken wir darauf, dass wir unsere Ideen weiter fortsetzen können, dass wir unsere guten Kundenkontakte weiter vertiefen können. Was muss man machen, um als Ofenhersteller auch nach 100 Jahren noch ein Dauerbrenner zu sein? Das ist relativ einfach. Man muss immer genügend Brennstoff haben. Das heißt, man muss genügend Ideen haben und man muss auch etwas in die Zukunft schauen können, um zu erkennen, was der Markt braucht und was die Kunden brauchen. Wir sehen hier großes Potenzial im Energieeinsparen und auch in der Modernisierung bestehender Anlagen.